Wenn du jetzt was hättest, wo du das Handy einfach reinstellen könntest, dann könntest du dir das Video angucken. Ja. Hey Leute, habt ihr auch immer das Problem, wenn ihr gerade ein Handy-Stinder braucht, wenn ihr euch die wichtigsten Sachen angucken wollt, wenn ihr euch kippt das Handy um, weil ihr gerade keinen Handy-Stinder zur Hand habt oder sowas. Und zwar, und das ist halt nicht wichtig, wenn ja, dann habe ich jetzt was für euch, nämlich einen Handy-Stinder, wo man das Handy dann reinstellen kann, damit es mir einfach patscht und es dann umkippt und dann... Aber woraus machen wir den Handy-Stinder? Aus, z.B. aus so einem Ding von einer Flasche. So, und wenn ihr auch das Problem habt, dass euer Handy immer umfällt und wenn ihr gerade zufällig keinen Ständer zur Hand habt, könnt ihr euch ganz einfach nämlich einbauen aus einem stinknormalen Schraubverschluss aus Plastik, von einer Cola-Flasche, Fanta-Flasche, was auch immer. Dazu einmal gucken, wie breit das Handy ist. Ansonsten einmal mit einer Schere oder einem Messer und wie immer ganz wichtig, von den Eltern helfen lassen dabei, deswegen mache ich das jetzt auch gerade. Das schneidet ihr so breit, wie das Handy ist. Das nehme ich einmal aus. Dann das einmal umklappen. Auf der anderen Seite genauso. Dann klappen wir das wieder um und dann habt ihr einen wunderbaren Ständer. Und schon kann Leon wieder vernünftig das Video. Von Marlino z.B. oder von Marlino. Zack, tolle Handy-Stände. Und so schnell gemacht. Bis zum nächsten Mal.